In diesem Video geht es um das Thema Banken. Ich erkläre dir, was genau eine Bank ist und wie sie funktioniert, welche Banken es gibt und was deren Aufgaben sind. Banken nehmen eine wichtige Rolle im Leben aller ein. Sie bewahren Geld auf, helfen bei Investitionen und können Geld in andere Währungen wechseln. Es gibt verschiedene Arten von Banken, die unterschiedliche Aufgaben haben. Kunden von Banken sind Privatpersonen und Unternehmen. In jedem Land gibt es unterschiedliche gesetzliche Regelungen, an die sich die Banken halten müssen. Geschäftsbanken sind die Banken, die jeder kennt und täglich nutzt. Das sind die Volksbanken, Sparkassen, Postbanken und andere. Hier haben die meisten ihr Bankkonto und Kredite werden aufgenommen. Geschäftsbanken sind sogenannte Universalbanken. Sie haben viele verschiedene Kunden und bieten unterschiedliche Leistungen an. Geschäftsbanken haben drei Haupteinnahmequellen. Sie verdienen Geld, indem sie Kredite an Kunden vergeben. Diese Kunden zahlen das Geld zurück und bezahlen hierfür Zinsen. Das ist das sogenannte Aktivgeschäft. Wenn jemand ein Konto bei einer Bank hat, wird das Geld durch die Bank verwaltet. Diese Einnahmequelle wird als Passivgeschäft bezeichnet. Die dritte Einnahmequelle sind die sogenannten Kommissionsgeschäfte. Dazu gehören Kontogebühren und Geld für sonstige Serviceangebote, die Kunden an die Bank bezahlen müssen. Eine Geschäftsbank hat verschiedene Kunden. Privatpersonen können bei der Bank ein Konto eröffnen und Kredite aufnehmen. Aber auch Unternehmen können Konten eröffnen, ihr Geld verwalten und Kredite für beispielsweise neue Maschinen aufnehmen. Banken können auch dabei helfen, Geld an der Börse in beispielsweise Aktien zu investieren. Zu den Investmentbanken zählen Banken wie Goldman Sachs, Commerzbank und JP Morgan. Investmentbanken investieren Geld in beispielsweise Aktien an der Börse. Sie helfen Kunden Geld zu investieren und verwalten ihr Vermögen. Sie werden auch als Spezialbanken bezeichnet, da sie anders als die Geschäftsbanken nur einzelne Aufgabengebiete wie das Investment haben. Die Europäische Zentralbank, auch EZB genannt, ist die größte und wichtigste Bank in der EU. Gegründet wurde die EZB 1998, da die Europäische Union eine gemeinsame Bank für alle Länder der EU haben wollte. Die EZB hat es als Aufgabe, die Geldgeschäfte in Europa zu steuern, zu kontrollieren und Euro-Banknoten zu verteilen. Sie sorgt dafür, dass der Euro stabil bleibt und nicht an Wert verliert. Die EZB verleiht Geld an Banken in der EU und kann so das Geldgeschäft in der EU kontrollieren. Die EZB-Kle .... Die EZB-Klecher ... Die EZB-Klecher ... Untertitelung des ZDF, 2020